Glück auf Schalker und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Es gibt viel zu besprechen an diesem Samstagmorgen nach unserer Heimpleite gegen die SV Elversberg und wir reden natürlich nochmal über das Spiel, über all das, was da gestern passiert ist oder vielleicht auch nicht passiert ist, über die Aussagen nach dem Spiel, wo sich vor allen Dingen auch Karel Gerrads und Kylan Karamann sehr deutlich geäußert haben und wir blicken nochmal auf den Torwartwechsel hin zu Justin Hegerin, was vielleicht doch das mitgebracht hat oder was vielleicht doch dort nicht funktioniert hat und ja, all das noch mehr besprechen wir hier und heute bei den aktuellen S04 News. Ihr merkt es vielleicht schon an mir selber, ich glaube wir Schalke-Fans sind alle angefressen nach dem gestrigen Heimspiel, denn das, was dort gegen die Sportvereinigung aus Elversberg, ich glaube so heißt es richtig, passiert ist, das kannst du halt mal wieder keinem erzählen. Wir liegen früh mit 0 zu 2 zurück mit zwei Gegentoren, die wirklich gut herausgespielt waren, auch das zweite vor allem mit einem richtig schönen Abschluss, wo man aber eben auch Schützenhilfe gegeben hat. Also wie man sich dort in der Verteidigung gegeben hat, war wirklich eine absolute Katastrophe und so kannst du in der zweiten Bundesliga einfach nicht spielen. Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass man vielleicht auch teilweise Elversberg unterschätzt hat, ja die kleine Mannschaft da aus dem Saarland, ein kleines Örtchen, ja aber die können halt richtig gut Fußball spielen, das haben sie gestern bei uns auch auf Schalke gezeigt. Auch diese Kulisse mit den 60.000 Fans, wo manche schon vorher meinten, es wäre ein Vorteil für Schalke, hat sie glaube ich eher nur noch mehr motiviert und wenn ich dann eben auch generell sehe, wie unsere Mannschaft dort gespielt hat, war das einfach viel, viel zu wenig. Vor allem eben auch in der Anfangsphase, also was dort gespielt wurde, vor allem eben auch nach den zwei Siegen in Folge, das war einfach viel zu wenig. Marcin Kaminski, der hat sich nach dem Spiel nochmal gegenüber Ruhr24 genau dazu auch geäußert. Wir waren die ersten 20 bis 30 Minuten nicht da, waren nicht kompakt. Fast jeder zweite Ball war für Elversberg, das war natürlich schlecht und wir wissen das selbst. Wir wissen, dass wir in jedem Spiel zu viele Tore kassieren, das macht uns kaputt. Wir sind viel weniger gelaufen als der Gegner, das kann nicht sein. Jeder muss selbst schauen, was er falsch gemacht hat und ich finde, dass Kaminski hier auf jeden Fall die richtigen Sachen anspricht, aber auch er war halt dann gestern einer, der in der Abwehr nicht funktioniert hat. Ich will ihn gar nicht einzeln da rausnehmen, weil viele generell gestern nicht funktioniert haben. Da gibt es doch gleich nochmal eine sehr spannende Aussage von Karel Gerrads zu, aber dann fragt man sich natürlich auch im Nachhinein als Fan, ja wie kann denn sowas passieren? Also man hört dann immer und immer wieder nach den Pleiten, ja wir haben zu viele Gegentore kassiert, das müssen wir ändern. Ja, aber anscheinend ändert man ja dann doch nichts und nur weil man jetzt zwei Siege in Folge gegen Hannover und Nürnberg eingefahren hat, die gut waren. Was ein Schritt nach vorne war, wo man aber eben auch defensiv Gegentore kassiert hat, ist es eben auch keine automatische Reaktion dafür, um gegen Elversberg irgendwie automatisch was mitnehmen zu können. Und deswegen fand ich, hat man gestern von Anfang bis Ende sehr viel falsch gemacht. Ich fand auch die Schlussphase beispielsweise unglaublich schlecht, da ging nach vorne gefühlt gar nichts mehr und am Ende verlierst du vollkommen verdient mit 1 zu 2. Und einer, der war nach dem Spiel so richtig angefressen und das war unser Trainer Karel Gerrads und der hat sich auch auf der Pressekonferenz und auch nachher nochmal gegenüber der Watz sehr deutlich dazu geäußert, was er von dem Spiel hält und diese Aussagen gehen wir jetzt hier nochmal durch, weil das fand ich wirklich gut und passend. Was heute in den ersten 25 bis 30 Minuten gefiltert, war der Respekt für den Gegner. Ich denke, wir waren nicht bereit, gegen sie anzutreten. Ich spreche dabei nicht über den Fußball, ich spreche über die Intensität, über Zweikämpfe. Mit dem Ball waren wir nicht gut genug. Ich denke, das war klar zu sehen. Okay, wir hatten eine gute Reaktion danach, als sie nach der Ecke getroffen haben. Nach dem Tor hatten wir einige bessere Momente. Aber, immer wenn sie vorne den Ball hatten, waren sie gefährlich und haben uns große Schwierigkeiten bereitet. Es war kein gutes Spiel. Wir sind schlecht gestartet und danach haben wir ohne Glauben gespielt. Das war heute der größte Unterschied zwischen den Teams. Elversberg hat geglaubt. Wir haben es versucht, aber nicht dran geglaubt. Dann ist es im Fußball unmöglich, Punkte zu holen. Und ich finde, man kann auch weiterhin sehr viel über das spielerische Element reden, was uns nach vorne hin fehlt. Wo gefühlt Kenan Karaman, der einzige, ja mal wirklich spielstarke Mittelfeldspieler, Offensivspielerangreifer ist, der dort mal für belebende Elemente sorgt. Aber auch mir hat gestern komplett dieser Glauben daran gefehlt, irgendwas mitnehmen zu können. Und deutlicher wurde Karel Gerrads auch dann nochmal in der Mixzone. Und da gab es wirklich sehr interessante Aussagen. Heute waren nur ein, zwei, drei Spiele auf einem akzeptablen Niveau. Dann ist es unmöglich, Spiele zu gewinnen. Spiele zu verlieren, das kann ich akzeptieren. Aber nicht auf diese Art. Deshalb bin ich sehr verärgert. Wir waren nicht bereit dafür, Fußball gegen Elversberg zu spielen. Die Intensität hat gefehlt. Auch in den Zweikämpfen waren wir nicht gut genug. Das war klar zu sehen. Gerrads hat sich aber hier auch nochmal selber mit in die Pflicht genommen. Ich bin verantwortlich dafür, was die Mannschaft zeigt. Deshalb bin ich auch der Erste, der in den Spiegel schaut. Ich hoffe, dass es die Spieler auch machen. Uns hat der Glaube gefehlt. Vor der ersten Minute haben wir nicht an den Sieg geglaubt. Nach dem ersten Tor nicht an den Ausgleich. Das war der größte Unterschied zwischen den beiden Mannschaften. Hat er auch hier nochmal den Glauben generell daran ganz klar mit angerissen. Und diese eine Aussage natürlich, mit dass nur ein, zwei, drei Spieler auf einem akzeptablen Niveau gespielt haben. Das ist dann schon harte Kritik an seine Mannschaft, an seine Spieler. Er nimmt sich aber natürlich auch durchaus mit da rein. Und ich finde es aber auch genau so richtig, dass er es genau so eben auch macht. Denn wir alle wünschen uns, glaube ich, einen Trainer, der Dinge klar anspricht. Und ich finde, da macht Karaj Gerrads wirklich einen guten Eindruck. Die Hoffnung, dass wir es da unten rausschaffen, besteht sicherlich vor allem dadurch, dass er eben diesen Eindruck vermittelt, auch was verändern zu wollen. Und wie man sicherlich gestern auch erneut gesehen hat, muss sich einiges bei uns verändern. Und einer, der dann eben möglicherweise zu diesen ein, zwei, drei Spielern gehört, die doch auf einem halbwegs guten Niveau waren, das ist sicherlich Kenan Karaman. Für mich war er gestern noch unser bester Offensivspieler. Auch von ihm kamen in den letzten 10, 15 Minuten sicherlich zu wenig nach vorne. Da wirkt es auch generell nicht so richtig sortiert. Also auch die Auswechslungen haben jetzt gestern leider nicht für richtig Schwung gesorgt. Das muss man sicherlich auch nochmal dazu sagen. Aber vor allem auch bis zu diesem Kopftreffer, bis zu der Szene, wo Karaman behandelt worden ist, fand ich ihn wirklich sehr, sehr stark und ein klar belebendes Element in unserem Offensivspiel. Von vielen anderen kam er da auf jeden Fall wieder nichts. Und Karaman hat sich gegenüber der Watz auch sehr, sehr deutlich zum Spiel geäußert und vor allem auch alle kritisiert. Seine Mitspieler sich selber natürlich damit auch mit einbezogen, aber generell nochmal ordentlich auf den Tisch gehauen. So ein Spiel dürfen wir nicht verlieren. Die Pfiffe kommen zu Recht. Wir haben ein Heimspiel vor 60.000. Die Leute kommen immer wieder hierher, geben viel Geld aus, um ein vernünftiges Spiel zu sehen. Wenn wir das nicht schaffen können, müssen wir diese Pfiffe aushalten. Die Anfangsphase haben wir komplett verpennt. Es war einfach ein sehr, sehr schlechtes Spiel von uns, obwohl wir mit den zwei Siegen im Rücken eigentlich viel Selbstvertrauen hatten. Wir sind an einem Punkt, wo sich jeder hinterfragen muss, ob er heute alles gegeben hat. Und ich finde auch diese Aussage ist dann schon wirklich krass und legt eben auch wiederum da, dass vielleicht auch innerhalb der Mannschaft das Gefühl entsteht, dass der ein oder andere einfach nicht 100% da war, nicht 100% gegeben hat. Und Karaman hat auch nochmal das Offensivspiel kritisiert. Wir müssen zwingender werden, mutiger nach vorne spielen und im letzten Drittel auch mal ins Risiko gehen, gerade zu Hause. Das heute war viel zu wenig. Wenn wir so spielen, werden wir es gegen jeden Gegner schwer haben. Wir müssen jetzt punkten. Wir stehen immer noch unten drin. Wir brauchen bis zur Winterpause Punkte. Wir müssen die Länderspielpause unbedingt nutzen. Und Karaman hat sich dann auch nochmal zu Karre Gerrads geäußert, gegenüber der Bild-Zeitung, was er auch nach dem Spiel nochmal gesagt hat. Der Trainer hat nach dem Spiel im Kreis die richtigen Worte gewählt. Er hat gesagt, dass sich jeder im Spiegel anschauen und hinterfragen soll, ob er alles gegeben hat. Er meinte auch, er ist der Erste, der das selbst tun wird. Und Karaman hatte ja eben dann noch den Turban um den Kopf, hat ja einen ordentlichen Kopftreffer kassiert. Die ganze Geschichte hat ja auch extrem geblutet. Er musste mehrere Minuten behandelt werden. und hat nachher nochmal bei Instagram erklärt, dass man auf jeden Fall weiterkämpfen wird als Mannschaft. Er sich gut fühlt, es war nichts Wildes, nur ein paar Stiche und hat sich da nochmal für die ganzen Nachrichten bedankt. Und daran sieht man eben auch mal einen Kenan Karaman, der vor einem Jahr auch von mir und von vielen Schalke-Fans als kompletter Transfer-Flop abgestempelt wurde, ist jetzt unser bester Spieler. Auf spielerischer Ebene, aber eben auch auf der Ebene, wo es darum geht, die Basics abzurufen, alles zu geben. Das ist dann eben auch ein Sinnbild von dieser aktuellen Mannschaft, meiner Meinung nach. Und dann gab es ja gestern vor dem Spiel dann auch noch diesen kurzfristigen Torwart-Wechsel. Ralf Fährmann hatte muskuläre Probleme, nichts Neues. Ich hoffe auf jeden Fall nichts Schlimmes und konnte ihn nicht spielen. Und deswegen kam er dann Justin Hegeren kurzfristig zum Einsatz. Und natürlich ist das auch am Ende nie ganz so günstig. Er ist recht nicht für einen Torhüter. Gegenüber von Sky hat sich Hegeren nochmal genau dazu geäußert. Das ist natürlich immer ekelhaft. Man sieht die Aufstellung vor dem Spiel, bereitet sich trotzdem immer vor, als würde man spielen. Aber dennoch ist es dann trotzdem unerwartet, wenn man eigentlich mit bei den Auswechselspielern ist, die auf der Bank sitzen und auf einmal sieht, dass Ralle irgendwas hat. Sich an den Adduktoren oder was auch immer, ich habe keine Ahnung, was er hat, sich hält. Und der Torwart-Trainer kommt und sagt, du musst jetzt. Ich war jetzt nicht aufgeregt oder so, aber man hat trotzdem eine gewisse Anspannung. Man hat nicht die Vorbereitung, die man normal hat, wenn man weiß, dass man spielt. Ich habe einfach versucht, cool zu bleiben, sei es mit dem Ball, auch gegen den Ball, einfach versucht, mein Spiel runterzuspielen. Der Mannschaft zu helfen war im Endeffekt leider sehr, sehr bitter. Ich glaube, die ersten beiden Schüsse gehen dann rein. Ist dann natürlich maximal bitter, wenn man so ins kalte Wasser geschmissen wird mit solchen Gegentoren. Das wünscht man sich natürlich anders. Aber im Endeffekt kannst du auf dem Platz nichts daran ändern und musst einfach versuchen, das Beste daraus zu machen. Und klar ist natürlich auch, dass es für einen solchen jungen Torhüter wie Hegeren aber eben auch eine große Chance ist, sich eben einem solchen Spiel dann zu zeigen. Ich fande, er hat vielleicht nicht den komplett sichersten Eindruck hinterlassen. Ich erinnere mich auch dort an eine Szene, wo er den Ball nicht festhalten konnte. Relativ lange gebraucht, um wieder aufzustehen. Ist alles gut gegangen. Bei den Gegentoren würde ich ihm jetzt auch nicht zwingend die Schuld zuschieben. Also wir haben ganz andere Themen als die Torhüterposition. Und deswegen war auch Hegeren grundsätzlich sehr unzufrieden mit dem Spiel. Wir sind natürlich nicht zufrieden. Wir wollten immer weitere Schritte nach vorne machen. Dass es heute kein Schritt nach vorne war, das sei, glaube ich, das Ergebnis. Dennoch bringt es nichts, den Kopf jetzt in den Sand zu stecken. Wir kommen dann nur zusammen raus. Der Trainer hat gesagt, wir müssen jetzt weiter zusammenhalten, auch wenn das Ergebnis jetzt nicht gut war. Trotzdem müssen wir jetzt nächste Woche weiter an uns glauben, weiter an uns arbeiten. Dann kommen die Spiele auch irgendwann von selber. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Denn wie auch Kenan Karaman gesagt hat, die Länderspielpause, die muss jetzt auf jeden Fall gut genutzt werden. Und jetzt könnt ihr immer gerne eure Meinung zum Spiel und zu den heutigen News gerne in die Kommentare schreiben. Schaut euch auch gerne mal den Stadionvlog an von mir von gestern. Auch da gab es dann sicherlich nochmal ein paar interessante Eindrücke zum Spiel. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf. Und dann sehen wir uns hier auf Anale Schalker.